Herzlich Willkommen bei den Smash Warriors, ich bin der Dave und heute machen wir was komplett anderes wie sonst. Und zwar seht ihr hier den lieben Brammen von den Jungs von Pete's Meat. Und ich habe dieses Bild gesehen und mir gedacht, ey, ich habe irgendwie Lust, den Brammen auf einen richtigen Clownsweg zu setzen. Ich hantiere gern mit Photoshop rum, mache das aber auch erst seit kurzem, bin also nicht besonders gut. Und es gibt also weit, 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 weit bessere Photoshop-Nutzer hier auf YouTube. Aber ich habe mir gedacht, komm, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ich nehme es einfach mal auf, mache da auch ein Video, wieso auch nicht. Und auch wenn ich nicht sehr zufrieden bin mit dem Endergebnis, das ich erstellt habe, glaube ich, wird das in der Zukunft trotzdem lustig oder cool zu sehen zu sein, wie ich eben vor, weiß nicht, vielleicht einem Jahr, einem halben Jahr oder so eben war und wie ich mich verbessern konnte. Seit Rappi. Deswegen, wer jetzt sich angucken möchte, bitteschön. Wer nicht, es kommen noch andere Videos von uns. Also dann, macht's gut. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020